Bis ich mich geoutet habe, ging es in der Schauspielerei für mich immer darum, sich zu verstecken. Danach ging es darum, die Wahrheit zu zeigen. Worum geht es für dich in deinem Leben? Ich kann nicht alle Sorgen der Welt auf mich nehmen, weißt du? Ich kann nur darüber reden, dass ich schwul bin und ein Schauspieler bin. Die anderen Kämpfe muss ich jemand anderem überlassen. Womit befasst du dich im Moment und welche Kämpfe trägst du aus? Die Schauspielerei ist ein sehr persönlicher Prozess. Es hat damit zu tun, die eigene Persönlichkeit auszudrücken und die Figur, die man spielt, durch eigene Erfahrungen zu entdecken. Wir sind also alle unterschiedlich. Kannst du bereits ausdrücken, was du bist? Ich habe oft gedacht, dass die Bibel einen Haftungsausschluss haben sollte, der besagt, dass dies Fiktion ist. Nicht alles entspricht der Wirklichkeit. Ist dir das bewusst? Versuchen Sie zu verstehen, welche Rolle Sie in der Welt, in der Sie leben, zu spielen haben. Es gibt mehr im Leben, als du weißt. Und es passiert alles da draußen. Finden Sie heraus, welche Rolle Sie spielen können und tun Sie es dann. Weißt du schon, welche Rolle du in dieser Welt spielen willst? Wirklichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020